So, heute fangen wir richtig mit dem Markenrecht an und schauen uns den Paragrafen 3 an. Der Paragraf 3 regelt die abstrakte Markenfähigkeit und wichtig ist mir hier, dass ihr immer die Unterscheidung zwischen Registermarke und Benutzungsmarke im Kopf habt. Der Paragraf 3 gilt sowohl für die Registermarke als auch für die Benutzungsmarke. Also der Paragraf 3 für beides relevant. Anders der Paragraf 8, der Paragraf, oder besser gesagt die Paragrafen 7 fortfolgende, die gelten nur für die Registermarke, nur für die linke Seite hier. Für die Benutzungsmarke spielen die Paragrafen 7 fortfolgende keine Rolle, da spielt nur der Paragraf 3 eine Rolle. Der Aufbau oder die Prüfung der Registermarke sieht wie folgt aus. Wir brauchen die formellen Eintragungsvoraussetzungen und die materiellen Eintragungsvoraussetzungen. Die formellen Eintragungsvoraussetzungen werden in der Klausur niemals eine Rolle spielen, weil bei den formellen Eintragungsvoraussetzungen, da geht es halt darum, wurde das mit dem richtigen Formblatt eingereicht, wurde die Markendarstellung im richtigen Format gemacht und auch nicht zu groß, sondern in diesem Pixelbereich ist der Anmelder jetzt hier wirklich der Anmelder, der er vorgibt zu sein. Also ist da noch ein Handelsregisterauszug dabei und so weiter. Also das sind solche, ja, Verwaltungssachen, die spielen in der Klausur aber nie eine Rolle. Wir kommen dann zu den materiellen Erteilungsvoraussetzungen oder Eintragungsvoraussetzungen und hier spielt natürlich die abstrakte Markenfähigkeit nach Paragraf 3 eine Rolle. Das ist der eine Prüfungspunkt mit diesen drei Unterprüfungspunkten und danach kommt noch die eindeutige und klare Bestimmbarkeit, die aus dem Paragrafen 8 Absatz 1 folgt. Das ist nur relevant für die Registermarke, nicht für die Benutzungsmarke und dann noch das Wichtigste hier bei den materiellen Eintragungsvoraussetzungen sind die absoluten Schutzhindernisse, die wir uns im nächsten Video anschauen werden. Die sind im Paragrafen 8 Absatz 2 geregelt und die gelten, ich kann es nur nochmal betonen, wieder nur für die Registermarke, wobei man ein bisschen aufpassen muss, aber das werde ich dann in einem späteren Video nochmal erläutern. Und der vierte Punkt, das sind die notorisch bekannten Marken und damit, ja hier seht ihr nochmal die Entstehungsvoraussetzungen der Benutzungsmarke, hier brauchen wir nicht diese absoluten Schutzhindernisse, sondern wir brauchen nur das, was in dem Paragrafen 4 Nummer 2 Markengesetz steht. Hiermit komme ich zu dem ersten Prüfungspunkt von dem Paragrafen 3 Absatz 1 und das ist das Zeichen. Hier steht es, als Marke können alle Zeichen, insbesondere bla 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 bla, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Also die erste Voraussetzung ist hier das Zeichen und ein Zeichen ist definiert als 1 durch die 5 Sinne, wahrnehmbares Symbol, nicht aber eine abstrakte Idee. So ähnlich die Definition müsst ihr in der Klausur sowieso nicht wissen, weil das ist unproblematisch. Ein Wort oder sowas ist immer ein Zeichen. Hier seht ihr ein paar Beispiele zu Markenformen, einmal die Wortmarke, ein Wort ist natürlich ein Zeichen und daher ist zum Beispiel Adidas als Wortmarke geschützt. Zweites Beispiel, ein Bild, eine Bildmarke, zum Beispiel diese hier, diese Audi Ringe. Drittes Beispiel, eine Wortbildmarke, das ist hier Adidas mit diesem Zeichen. Dieses zusammengesetzte Zeichen ist eine Wortbildmarke, eine sogenannte, ja, ein Zeichen, was unter Paragraph 3 Absatz 1 fällt. Die 3D-Marke, die Positionsmarke, die Vormarken, hier ein Beispiel für die Vormarke, das sind zum Beispiel diese, sind das die Duracell-Batterien, ja, keine Ahnung, oder hier dieser Legostein, oder hier die Positionsmarke, das ist die Nummer 5. Ihr seht ja an diesem Steif-Teddybär, diese gestrichelten Linien, die zeigen an, dass der Teddybär-Kopf, der soll nicht geschützt werden, sondern es soll eben nur die Position dieses Schildes, die soll geschützt werden. Und das wird hier durch die Steif-Marke geschützt. Genau, und es gibt natürlich noch unendlich viele andere Markenformen, ja, nicht unendlich, aber es gibt noch ein paar andere Markenformen, zum Beispiel die Klangmarke, das wäre diese Telekom-Melodie oder, ja, keine Ahnung, also es gibt ganz viele mögliche Zeichen. Hier seht ihr auch nochmal eine Übersicht aus dem DPMA-Register, da kann man nämlich nach der Markenform filtern und nach der Markenform in dem Register suchen und hier sind dann alle verschiedenen Markenformen aufgeführt und hier unten seht ihr auch unbekannte Markenformen, also es kann Markenformen geben oder Zeichen geben, die auf die Herkunft hinweisen, aber die hier noch gar nicht genannt wurden. Zum Beispiel, was eine Kennfadenmarke ist, habe ich auch keine Ahnung, müsste ich mir anschauen. Gut, dann kommen wir zu der zweiten und wichtigeren Voraussetzung, das ist die abstrakte Unterscheidungseignung. Hier müsst ihr euch fragen, eignet sich das Zeichen überhaupt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen? Oder ist die Unterscheidungseignung für sämtlich denkbare Produkte und Dienstleistungen unter allen denkbaren Umständen ausgeschlossen? Also ihr seht schon, diese abstrakte Unterscheidungseignung, die ist zwar wichtiger als dieser erste Punkt, aber die abstrakte Unterscheidungseignung ist auch immer gegeben. Ich möchte nur mal hier den Unterschied zwischen diesem Punkt und der konkreten Unterscheidungskraft deutlich machen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich die Marke Apple anmelde, dann ist das erstmal abstrakt unterscheidungsgeeignet, weil ich kann die Marke für Kopfhörer anmelden, ich kann sie für Druckereierzeugnisse anmelden, ich kann sie für Laptops anmelden, ich kann sie für Regale anmelden. Also dieses Zeichen Apple, es gibt Waren und Dienstleistungen, wo dieser Begriff Apple unterscheidungsfähig ist. Das kennt ihr natürlich auch, Handys mit der Marke Apple, das ist in Ordnung. Okay, wenn ich aber Apple jetzt für Obst angemeldet habe, dann kommen wir durch diesen Punkt noch durch, weil das ist ja abstrakt unterscheidungsgeeignet. Also Apple, wie gesagt, könnte für Laptops angemeldet sein oder was auch immer. Also durch diesen Punkt kommen wir noch durch. Aber wenn wir uns dann hier bei diesem Punkt, wenn wir uns da dann die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen anschauen und wenn ich dann Apple für Obst angemeldet habe, dann ist das nicht konkret unterscheidungskräftig. Das ist der Unterschied zwischen der abstrakten Unterscheidungseignung. Ist das für wirklich alle denkbaren Waren und Dienstleistungen ausgeschlossen? Nein, Apple ist für Kopfhörer unterscheidungsgeeignet. Aber wenn wir uns dann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis anschauen, Apple ist nicht für Obst unterscheidungsgeeignet. Und bei diesem Punkt schauen wir also auf die konkret in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen. Bei diesem Punkt, bei der abstrakten Unterscheidungseignung nicht. Okay, schauen wir uns ganz kurz das Eintragungsverfahren an. Zunächst einmal melde ich eine Marke an und die wird dann vom Deutschen Patent- und Markenamt geprüft, insbesondere auf diese absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Absatz 2. So, jetzt wird diese Marke entweder eingetragen oder zurückgewiesen. Nehmen wir mal an, die Marke wird eingetragen. Dann beginnt eine, ich glaube, dreimonatige Widerspruchsfrist und innerhalb dieser Widerspruchsfrist können dann dritte Personen insbesondere gelten machen, dass sie ältere Rechte an der Marke haben. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft nicht, ob es die Marke, die ich hier anmelde, ob es die schon gibt. Das wird nicht geprüft. Also, es wird nicht geprüft, ob die Firma Logitech, die Marke Logitech schon vor 50 Jahren angemeldet hat. Das prüft das Deutsche Patent- und Markenamt nicht. Ganz kleine Ausnahme sind diese notorisch bekannten Marken, § 10 Markengesetz. Also, wenn ich hier Coca-Cola anmelden würde, dann wird ausnahmsweise mal vom Deutschen Patent- und Markenamt geprüft, ob es nicht schon, ob es nicht ältere Rechte Dritter gibt. § 10 Markengesetz. Okay, aber normalerweise, wie gesagt, wird das nicht geprüft, dann kommt diese Widerspruchsfrist und wenn dann ein Widerspruch eingelegt wird, nehmen wir an, ich melde die Marke Logitech ein, jetzt kommt die Logitech AG aus der Schweiz und legt Widerspruch ein, dann wird dieser Widerspruch geprüft und wird entweder zurückgewiesen oder meine Anmeldung oder besser gesagt meine Eintragung wird gelöscht. Dann habe ich oder die Logitech AG, wir haben dann die Möglichkeit der Erinnerung, also wenn meine Marke gelöscht wurde, dann kann ich natürlich eine Erinnerung hier erstreben, wenn der Widerspruch zurückgewiesen wird, dann kann Logitech eine Erinnerung anstreben. Diese Erinnerung wird übrigens immer gemacht, weil diese Prüfung hier, die erfolgt durch Markenprüfer und diese Markenprüfer, die sind im gehobenen Dienst. Hier genau, Erinnerung möglich, nach § 64 Absatz 1 Markengesetz, wenn hier eine Entscheidung von einem Beamten des gehobenen Dienstes getroffen wurde und das ist immer so der Fall. Also ich arbeite beim Deutschen Patent- und Markenamt und ich kenne ganz viele Markenprüfer und die sind alle im gehobenen Dienst und die sind alle super kompetent, also wirklich sehr kompetente Leute. Ihr müsst jetzt aber wissen, der gehobene Dienst ist eine Stufe unter dem höheren Dienst. Also es ist so, mittlerer Dienst, gehobener Dienst, höherer Dienst und die Juristen, also mit zwei Staatsexaminer, die sind im höheren Dienst und die würden dann hier die Erinnerung prüfen. Das sind die juristischen Markenprüfer. Ja, die sind dann hier, die sind im höheren Dienst und dann kann gegen diese Entscheidung kann Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt werden und dagegen kann man dann wiederum nochmal vorgehen, aber nur Revision beim BGH, also der BGH ist hier nicht Tatsacheninstanz. Okay, hier nochmal eine ganz kleine Anmerkung, dieses Widerspruchsverfahren ist in Deutschland nachgelagert, also ihr seht hier, es wird geprüft und dann wird eingetragen. Vor dem EOIPO, also in Alicante, ist es so, dass es bei der Unionsmarke, da wird die Marke angemeldet, dann kommt die Widerspruchsphase und dann kommt die Eintragung. Also das Widerspruchsverfahren ist beim EOIPO vorgelagert. Okay, ja, es gibt beide Systeme, beides hat Vor- und Nachteile. Okay, kommen wir dann zu dem wirklich klausurrelevanten, also der ist wirklich klausurrelevant, Paragraphen 3 Absatz 2 Markengesetz. Und dieser Paragraph 3 Absatz 2 Markengesetz findet insbesondere Anwendung auf Vormarken, aber auch auf Marken aus anderen charakteristischen Merkmalen, was das bedeutet, weiß man noch nicht so wirklich. Also insbesondere auf Vormarken ist dieser Paragraph 3 Absatz 2 anzuwenden. Und der Paragraph 3 Absatz 2, der ist unüberwindbar. Das ist ein massiver Unterschied zu dem Paragraphen 8 Absatz 2, weil der Paragraph 8 Absatz 2, da ist in Paragraph 8 Absatz 3 von der Verkehrsdurchsetzung die Rede. Der Absatz 2, der sagt, dass Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, der findet keine Anwendung, wenn die Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat für diese Waren- und Dienstleistung. Und das heißt, der Paragraph 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 3, die kann man noch aus dem Weg räumen, wenn man nachweist, boah, wirklich alle Menschen kennen meine Ware, kennen die Kinder-Schokolade beispielsweise, oder wenn man beweist, dass die Marke Föhn sich im Verkehr durchgesetzt hat, dann wird hier dieser Paragraph 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 3, der wird überwunden. Der Paragraph 3 Absatz 2, der kann nicht überwunden werden. Wenn Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 3 einschlägig ist, dann war es das mit der Eintragung der Marke, dann wird das nicht was. Dann kann man vielleicht doch ein Design oder sowas erstreben, aber keine Marke. Okay, fangen wir an mit der Nummer 1 beim Paragraphen 3 Absatz 2. Die Nummer 1 sagt, oder dem Markenschutz nicht zugänglich, sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind. Und hier müsst ihr euch fragen, sucht der Verbraucher dieses Merkmal auch bei anderen Waren von Mitbewerbern. Und wenn das der Fall ist, Beispiel hier, Form einer Waschmitteltablette, die sind halt immer so, so rechteckig, keine Ahnung, eines Deo-Rollers, der Deo-Roller, die sehen alle ziemlich gleich aus, oder natürlich Carving-Skier, äh, Shia, ja, Shia, die sehen auch gleich aus. Die müssen ja so, so, ja, so, ja, so geformt sein, wie sie geformt sind. Das, das ist zwingend notwendig und deswegen ist das durch die Art der Ware selbst bedingt und deswegen kann man dann die Form der Carving-Skier nicht schützen lassen. Der Zweck ist hier von dem Paragrafen 3 Absatz 2 Nummer 1 Durch diese Bestimmung soll im Allgemeininteresse verhindert werden, dass dem Markeninhaber über das Markenrecht ein zeitlich unbegrenztes Monopol für sich aus der Form ergebene wesentliche Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei Waren der Mitbewerber mit identischen oder ähnlichen Gebrauchseigenschaften suchen kann. Okay, das ist der Zweck dahinter. Wir wollen kein Monopol und hier bei diesem Paragrafen 3 Absatz 2 müsst ihr immer beachten, das Markenrecht ist theoretisch unendlich lang. Man kann eine Marke unendlich oft verlängern und deswegen ist das Markenrecht das einzige Recht, was unbegrenzt gelten kann. Also Designrecht, Patentrecht, Urheberrecht, all das hat eine Schutzdauer und nach dieser Schutzdauer da ist das Werk gemeinfrei oder die Erfindung ist dann Stand der Technik und das ist anders beim Markenrecht und deswegen gibt es diesen Paragrafen 3 Absatz 2. Problematisch war das bei der quadratischen Tafelschokoladenverpackung, hier die Rittersportverpackung und hier hat der BGH gesagt, das Schutzhindernis des Paragrafen 3 Absatz 2 Nummer 1 greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind und dem bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware dienen. Und hier hat dann der BGH sich aufgehangen und hat dann gesagt, ja Schokolade, die wird gekauft, um sie dann zu essen. Also Schokolade, die wird gegessen und Vorteile, die dann nur für die Verwendung unüblicher Konstellationen eintreten. Also zum Beispiel das Mitführen dieser quadratischen Verpackung, das bietet sich anscheinend umso mehr in einer Jackentasche an. Ja, das stellt dann keine wesentliche Gebrauchseigenschaft dar und führt nicht dazu, dass das Schutzhindernis eingreift. Also diese Form konnte eingetragen werden. Gut, dann die Nummer 2, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder sind. Das ist meiner Meinung nach der einfachste Ausschlusstatbestand. Hier müsst ihr euch fragen, sollen alle wesentlichen Merkmale eine technische Funktion erfüllen? Hier müsst ihr zum Patentrecht abgrenzen. Es soll kein ewiges Monopol auf etwas Technischem geben. Beispiele hier. Dieser Rasierer hier, der Scherkopf des Rasierers. Das war auch vorher patentiert, dieser Rasierer. Und das soll natürlich eine technische Wirkung erzielen, diese Form. und deswegen soll hier kein ewiges Monopol auf diese technische Funktion, da soll es kein Monopol, kein ewiges Monopol geben und deswegen griff hier der Ausschlusstatbestand zurecht ein. Weiteres Beispiel, der Legostein, weil der Legostein, der hat hier diese Noppen und auch unten, das ist so speziell aufgemacht, ihr kennt den Legostein, da kann man halt perfekt einen anderen Legostein drauf stapeln und deswegen sind diese Merkmale des Legosteins, die sollen alle eine technische Funktion erfüllen, nämlich leichtes Aufstecken und leichtes Abnehmen und deswegen hat der EuGH hier auch den Paragraphen 3 Absatz 2 Nummer 2 bejaht. Genau, vorher waren sowohl der Legostein als auch dieser Scherkopf patentiert und das ist in der Regel ein starkes Indiz dafür, dass auch dann der Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 2 eingreift. Gut, dann kommen wir zu dem wahrscheinlich klausurrelevantesten Ausschlusstatbestand in dem Paragraphen 3 Absatz 2 und das ist der Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 3, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Also solche Formen sind auch nicht dem Markenschutz zugänglich. Hier müsst ihr euch fragen oder hier soll erstmal eine Abgrenzung zum Designrecht erfolgen. Die Schutzdauer des Designrechts soll nicht unterlaufen werden. Markenrecht kann theoretisch ewig bestehen und deswegen müssen wir insbesondere auf diese ästhetischen Merkmale hier schauen oder auf die Andersartigkeit der Form und den künstlerischen Wert. Beispiele hier. Dieser, das ist ein Lautsprecher und ihr seht hier, diese Form, die ist wirklich super besonders und diese Form steht ja wohl ganz klar im Vordergrund, wenn man diese Marke hier anmeldet und hier geht es um den künstlerischen Wert und diese Lautsprecher waren auch anscheinend deutlich teurer als die von den Mitbewerbern. Das hat auch zu der Annahme oder das hat die Annahme bestärkt, dass hier das Design auch sehr ansprechend war und deswegen, ja, diese ästhetischen Merkmale im Vordergrund standen und deswegen hat der EuGH hier den Paragraphen 3 Absatz 2 Nummer 3 bejaht. Hier eine Kritik, ja, überspringe ich mal und wir kommen zum Beispiel, nämlich hier diese Tafel Schokolade. Ist hier der Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 3 einschlägig? Und ihr seht, man hat hier halt diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, 6 mal 4 Schokolade mit diesen, ja, sind das Kleeblätter? Ja, sind Kleeblätter, würde ich sagen. Und genau, ist das hier eine, eine, wie heißt das in Paragraph 3, eine Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht? Ja oder nein? Und ja, das Bundespatentgericht hat hier gesagt, der Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 3 ist nicht einschlägig. Die angemeldete Marke ist als Abbildung abstrakt markenfähig, ja, kennen wir schon. Die Schutzhindernisse des Paragraph 3 Absatz 2 Markengesetz sind nicht einschlägig. Insbesondere besteht das Anmeldezeichen nicht ausschließlich aus charakteristischen Merkmalen, die den beanspruchten Waren einen wesentlichen Wert verleihen. Dieser Ausschlussgrund steht dem Markenschutz dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der charakteristischen Merkmale den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass den charakteristischen Merkmalen neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann. Und hier hat dann das Bundespatentgericht dann überzeugenderweise gesagt, bei Schokolade, da schaut man nicht auf diesen ästhetischen Gehalt so wirklich, der steht eher im Hintergrund, sondern Schokolade zeichnet sich vielmehr durch weitere Eigenschaften wie Geschmack oder Zusammensetzung aus, die ebenfalls die Kaufentscheidung beeinflussen und vorliegen kann deswegen nicht angenommen werden, dass die Verbraucher die Beanspruchten Waren nur wegen der weißen, vierblättrigen Kleeblättern, nachempfundenen Flecken und wegen der spiralförmigen Linien erwerben. Also hier dieses ästhetische Design, das ist nicht so besonders, man schaut bei Schokolade eher auf den Geschmack und deswegen ist der Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 3 nicht einschlägig. Perfekt, aber das Bundespatentgericht hat dann noch den Paragraph 8 geprüft und hat dann gesagt, nein, die Marke ist nicht eintragungsfähig, weil sie nicht unterscheidungskräftig ist. Okay, das schauen wir uns aber im nächsten Video deutlich mehr an, wenn wir uns die absoluten Schutzhindernisse anschauen werden. Perfekt, das war es dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr wie immer unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.